Jo Leute damit, willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video soll es mal um den nächsten Dispire Auftrag gehen und zwar Finde den Dieb. Hierbei müssen wir einen Dieb finden und wir sehen auch schon, das Ganze wird hier in Colossal Crops sein. Ich würde sagen, da sehen wir uns gleich direkt mal in einer Runde und dann zeige ich euch, wie das Ganze hier geht. So und ich bin jetzt hier in der Runde und wir müssen wie gesagt nach Colossal Crops, ist wie gesagt hier auf der Karte und dort wird jetzt ein Charakter rumrennen und zwar der Raz und mit dem müssen wir dann reden. Schaut einfach mal wieder, ob ihr irgendwo diese Sprechblasen seht, eigentlich müsste er hier sein, da ist er auch schon und auf jeden Fall ist das so gesehen der Dieb. So ich renne jetzt einfach mal hier unten rein, so hier ist der Raz und hier mit ihm kurz reden, dann wieder auf Dispire gehen, das Ganze hier lesen oder einfach schnell fortfahren und dann seid ihr auch schon fertig und habt jetzt auch hier diese Aufgabe fertig und somit habt ihr auch so gesehen schon den nächsten Auftrag angenommen, denn ihr seht jetzt auch schon hier, das ist der nächste Auftrag und ich würde sagen dazu kommt natürlich wie gewohnt ein weiteres Video. Ja und wenn euch das hier kurz weitergeholfen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video, bis dann und ciao.